Ich will Baker, wo kommen? Ich will das jetzt hier nicht umsonst fahren. Nein, 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 nein. Komm schon, der ist schnell. Wir brauchen jetzt die ultimative Ideallinie fahren. Wir müssen es versuchen. Wir folgen eben einfach. Dieser Wagen ist echt auf Gras total schlecht. Dann haben wir uns vor ihn gesetzt und dürfen uns jetzt nicht durch die Bäume bremsen lassen. Okay, wenn wir jetzt die Führung verlieren, haben wir es verkackt. Komm schon, fahr schon, kurve, kurve, kurve. Nein, 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 nein. Komm schon, fahr, 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 fahr! Ja! Ach. Eine Prämie, 5000. Ach, ha, ha! So, Brennen! Dann nehmen wir als nächstes wahrscheinlich PNKO-Rennen und zwar das… Ja, gibt's eigentlich noch was mit Maximal? Okay, nehmen wir dem Schwimmen mit Maximal. Loopy heißt einer und Lars wieder, nein nicht Lars, ich hasse Lars Und da hat er sein Mercedes eingepackt Oh scheiße Lars ist sogar mein letzter, das wird sogar gefilischt Wir haben Meldungen über mehr und sechs Objekte mit zu hoher Geschwindigkeit Zuletzt wurden sie gesehen in südlicher Richtung durch den Camden Tower Ich brauche dringend Einheiten, die da drin haben Was ist denn auch schon Polizei Müsste zumindest so Ok sie ist doch nicht da Vielleicht erwischt sie einen von den hinteren, vielleicht erwischt sie Lars oder so Das hat uns die Führung gekostet Ach da ist jetzt die Zeit Vielleicht kriegen sie, sie sollen ja ihn verfolgen Ach da ist die Zeit, äh hinter ihm sind sie, äh hinter mir nicht Also macht tut er auch nichts Der ist clever, der ist fand ich für eins Jetzt sind wir letzter Rikki darf nicht gewinnen Oh gut, nur Level 1 Wenn sonst nichts ist Hat uns aber dennoch ziemlich ausgebremst Ich bin mal witzig, wenn die anderen irgendwie fahrende Stoffe 4 hätten Und das dann mit Nagelbändern wäre Oder Straßensperren in der Verfolgung auf das Ellenrennen-Alon-Pursuit Der Rauch auf durch die großen Verblick Boah Alter das Spiel ist geil Alle Erinnerungen, ganz ruhig dich mit dem Kerl Schau doch mal die da vorne meine Lieben Wie ihr seht bin ich nicht der Gefährlichste Weil ich nicht am weitersten vorne bin Also ich hab doch mal hier Lars Wir haben ihn schön nach außen gedrängt und verkackt. Und jetzt ist die Mütte in Form. Und das haben wir verkackt. Vorsicht, er wird lang. Neustarten, ja. Einfach nicht abkürzen. Nein, Smoothie wird es nicht. Ist das Smoothie, der dagegen geknallt ist? Ja. In echt sehen diese Autos so böse aus nach so einem Rennen, wo man alles umfährt und alles. Die werden so richtig krass verschrottet. Verletzt wurden die Gesichter in Fahrtrichtung Westen, in der Nähe der Dosenfabrik. Einheiten bitte melden und anrücken. Okay. Einfach ab und zu vom Gas gehen. Oder bremsen. Und dann... Ah, ich... hasse... Gras auf diesem Wagen. Kokain ist viel besser. Und Smoothie ist wieder vorne. Und hier wurden wir letztes Mal verfolgt. Und da vorne ist irgendwo ein Kopf hier rechts, glaube ich. Doch nicht. Jetzt jumpen wir gleich wieder. Und der Kiste unten dran. Boah, Alter, wie er denn das abbremst. Boah, das ist echt ein hartes Rennen. Ah, fuck. Das hab ich jetzt gar nicht gesehen. Mein Smoothie. Du hast letztes Mal gewonnen. Und dieses Mal wirst du nicht gewinnen. Genau wie ihr anderen auch. Ihr habt bestimmt schon mal gewonnen gewonnen. Und ich auch. Und deswegen muss ich wieder gewinnen. Yay! Rikis Zweiter, Smoothie Dritter und Lars Vierter. Wir haben danach für einen Rock. Baron will ein Rennen. Okay, du hast diesen Baron auf dich aufmerksam gemacht. Er will unbedingt gegen dich fahren. Also los! Noch nicht. Oder wollen wir? Ich würde sagen, wir wollen. Oh, da ist vielleicht die Herausforderung. Was hatten wir denn noch? Ein K.O. Rennen. Noch ein K.O. Rennen. Und noch ein Spring-Rennen. Ich würde sagen, wir fordern ihn heraus. Dann warten wir nochmal die ganze Kurze. So. Ich meine, wir können das Rennen ja immer noch Dingsen. Wir können diesen Rennen ja noch nachholen. Wir kriegen dann immer noch das gleiche Geld. Dann starten wir jetzt. Sprint und Dreck. Oh, ja. Beides gute Sachen. Ich will unbedingt den Wagen haben. Was? Gut. Drei, zwei, eins. Hup, wala. Nochmal. Und schon 5% geschafft. Hup, wala. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Das wäre nämlich die Abkürzung. Warum auch immer. Mal sehen, ob man hier landen kann. Ja. Jetzt seht ihr es auch mal. Das ist ein Gefängnis. Tierrasen wird einfach mal durch. Oh nein. Oh, das ist fies. So ein Penner. Das war echt fies. Habt ihr es gesehen? Er hat einfach die erste. Am Anfang ist es Dings. Kann man durch. Aber am Ende kann man dann nicht durch. Oh. Oh. Okay. Falls angenommen, wir müssen das rein wiederholen, müssen wir uns das merken. Das kann man übrigens machen, wenn man auf Eingabe drückt. Okay. 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 Ach, shit. Ist aber auch besser gegen den Wagen gefahren, wie geplant. So. Genau. Ein Sinn und rein in die Kurve. Rein in die Kurve. So. Ganz gut. Das ist los, was, es ist los, es ist los. Fah, 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 kleiner, fah, kleiner, wagen. Super. Oh ja, der Crash. Trotzdem holt der jetzt nochmal ganz schön auf, da wir auch einen hatten. Jetzt dürfen wir bloß nicht, die letzten 10% dürfen es bloß nicht schwächeln.